Kalimera-Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Gestern habe ich euch ein Video hochgeladen mit dem neuen Kreisverkehr bei der Abzweigung nach Episkopi. Und ja, heute in der Früh habe ich schon in den Medien gelesen, gibt es riesige Diskussionen, denn die Gemeinde Retimno wirft dem zuständigen Magistrat vor, von nichts gewusst zu haben. Ja, und auch bei den Bürgern im Umkreis gibt es sehr viel Unsicherheit. Jetzt nach einer Woche hat es schon mehrere kleinere Unfälle gegeben mit Blechschäden an diesem Kreisverkehr. Und man merkt auch, die Unsicherheit in der Bevölkerung ist groß. Vor Ort ist die Situation so, ihr habt bei zwei Einfahrten eine Stopptafel und bei zwei Einfahrten nicht. Also, die Verwirrung ist dort anscheinend noch sehr groß. Diskussionen in der Gemeinde gibt es auch schon. Und wenn ihr hier auf Urlaub seid und mit dem Mietauto unterwegs seid, bitte fahrt sehr, sehr vorsichtig durch diesen Kreisverkehr, dass euch nichts passiert. Ihr habt dann natürlich weniger Stress, denn sollte etwas sein, gibt es immer wieder die einen oder anderen Probleme. Ja, das Update wollte ich euch heute noch mitgeben. Und wenn es etwas Neues gibt, dann halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Sonntag heute. Und ja, wir sehen uns natürlich wie immer beim nächsten Video wieder.